Ich bin nicht anders als nett zu sein. Nein! Bein wurde nur seine Fragen. Mhm. Wir gehen von einer Tür durch eine Tür und wegen einer Tür. Und zwar hier oben! Jetzt verschwinden Sie! Ich wollte schon sagen, warum kann ich nicht mehr laufen? Vergessen Sie! Diese Dinger sind überall im Laden! Entweder beseitigen Sie sie oder die Tür hat verschlossen! Wofür hält er uns? Kammerjäger? Nein. Zombiejäger. Agenten. Wagemutige Menschen. Mhm. Ach, jetzt kommen ja auch die Löcker wieder, ne? Ach, scheiße. Pantranate! Sehr gut! Heilspray! Sehr schön! Ach, du guckst da? Dann gucke ich hier. Genau. Ich würde gerne das Licht ausmachen, weil das voll blendet, ja. Wobei, die macht... Wir können doch eigentlich Munition sparen, oder nicht? Ah, ah, ah! Hm. Hm. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du jetzt richtig schön Munitionsmangel bekommst. Ah. Leider. Hä? Hier war doch... Ah, hier war Munition. Hier war Munition. Alles aufsammeln. Munition! Was? Ah! Peter! Hilf mir! Nehmen Sie meine Hand! Immer diese Frauen! Alles okay. Aber was? Spielen Sie nicht den Helden! Sie herstoß doch nur auf! Wahrscheinlich wäre ich genauso draußen. Freunde in der Zombie-Apokalypse? Halten wir auf. Ups. Gar nicht wahr. Ich wüsste, wie man da... Mit Pfeil und Bogen... Richtig. Die beste Alternative ever. Oh. Kopf getroffen. Kopfguss. Ah, ich kann nicht raus, okay. Ich will auch nicht raus. Ah, jetzt kommt so ein. Oh, scheiße. Kommen die Schreier und diese komischen... Ist die Waffe, Glenn? Wer mit der Waffe? Klar, ihr Schwachköpfe dürft gern kämpfen. Ich werde von hier verschwinden. Tschüss! Bis bald! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Oh, da hätten wir Verfahrenskonten. Oh, da hätten wir Verfahrenskonten. Hm, ja, ja. Ich möchte nicht... Geh weg von mir! Verdammt! Neeein! Hm. Alleine würde ich nie rausgehen. Ich auch nicht. Teamarbeit. Tja, das geschieht davon. Wichtig. Leute, merkt euch das? Ne? Zombie-Apalypse... Apalypse? Apalypse, genau. Das ist eine Schwachsinnsidee. Das sowieso. Oh, scheiße. Oh, ich hab irgendwas. Aua! Oh-oh, ich bin tot. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Gleich. Also denn du heilst dich. Ähm... Scheiße. Ich war gerade beschäftigt. Das hätte ich mir drauf gesagt. Gar nicht wahr. Warte, du wirst schwanger? Gar nicht wahr. Ja, ich wollte schon sagen. Kannst du den scheiß normalen Freundes machen oder? Geh weg von mir, verdammt! Nein! Hast du keine Heilung mehr? Doch, aber ich konnte sie nicht einsetzen. Boah, diese Viecher, ne? Nervige Viecher. Ha! Komm ruhig! Oh, erfahrungspunkt bleibt draußen. Scheiße. Hier sind Heilspray, falls du es nehmen kannst. Boah, wo kommt der denn jetzt her? Scheiße Bulle, Alter. Ja, ja, ja. Oh. Ich glaube, ich habe uns geheilt. Ist gut. Ungewollt. X, 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 jawoll. Kommen die denn jetzt einmal her? Ja. Ach, die kommen hier raus? Wo? Oder was hin? Nee, hier ist alles zu. Geht ihr mich verarschen? Sieht ganz so aus. Die Luft ist rein. Machen Sie uns endlich auf. Na gut. Kommen Sie rauf, bevor ich mir anders überlege. Jetzt auf einmal. Der hätte auch vorher das runterlassen können. Oder nicht? Wäre er ja noch sicherer gewesen. Ja. Den einen will ich jetzt aber noch. Hm, nee. Kann ja wohl die Warzenschweine, ey. So, wie sieht's aus? Alles grün? Gut. Medallion, gibt's hier ein Medallion? Waren das Medallion? Wolltest du das hier noch? Mh, mh. Mh. Kann ich dir leider nicht sagen. Oh, oh. Ey, ich war gerade am heilen. Äh, am gucken, meine ich. Das war ganze Arbeit. Ihr habt Glück. Ich möchte gleich ein Bus kommen. Oh, hier ist ein rotes Kraut. Oh, ja. Kann ich mich auch nicht. Ich bin auch voll. Das würde ich auch nicht tun. So, jetzt habe ich meine Brandgranaten. Voll ranzistisch, ey. Ey, Yabana. Oh, hallo. Da wohne ich ja in Sklavi. Sprechen die bei dir auch manchmal englisch? Ja, ab und zu ja. Komisch. Komisch. Benötigt auch grünes Kraut. Sehr gut. Jetzt spricht er, spricht er irgendwie russisch oder so? Japanisch. Dann japanisch. Alle Sprachen vorhanden. Fast alle. Ein nötig kulturelles Spiel. So muss ich sagen. So, Kopfschuss. Kopfschuss? Hä? Hast du was? Brauchst du Heilung? Nein, ich heil nicht. Nein, ich heil nicht. Dann heil ich mich. Bam. Das war knapp, danke. War keine Absicht. Achso, wolltest du mir nicht helfen. Okay, okay. Dann helfe ich dir nicht. Oh, ein grünes Grau. Du kannst auch rot und rot kombinieren. Rot und rot, ne. Doch. Also irgendein andern Teil ging rot und rot. Wir können nicht hierbleiben. Alle nach nebenan. So, Brandgranate. So, Brandgranate. Handgranate. Okay, kurz alles schnell durchsuchen. Munition. Hier ist grünes Graut. Da ist grünes Graut, ich sehe. Irgendwas großes kommt. Was? Fuck. Bitch. Verdammt! Noch mehr Gewicht und der Bosen trägt ein. Übergröße. Boah, scheiße, Alter. Voll in die Ecke gedrängt. Was war denn der Mist? Äh. Komm doch, du Riesenbaby! Achso, das wollte ich gar nicht. Will diese Waffe erst tief zum Einsturz bringen? Jetzt ist er ab, oder? Ja. Er ist tot. Läuft! Der Bubble Buckle ist tot. Oh! Alles nachladen, was zu nachzuladen geht. Ja. Weil, gleich wird's lustig. Echt? Dann gibt's den Doppel-Wopper 2.0. Hey, du hast früh gespoilert, Schnauze. Guck mal, ich hab nur noch eine Heilung. Oh, das ist nicht gut. Ey! Oh, hier gibt's noch mal Brandgranaten. Guck mal, ich hab mich grad geheilt und dann das. Wo bist denn du? Oder wo seid ihr? Okay. Folge dem roten Licht. Folge dem roten Licht. Die Red Light. War hier nicht irgendwas? Nee. Nee. Ah, jetzt reden sie bei mir auch grade Englisch. So, hier müssen wir jetzt alles verteidigen, bis da die scheiß Tür aufgeht. Ja. Immer diese Türen. Ehrlich, Mann. ZOBIES! Die Walker. Au, Mann. Helf dem Arm. Die Kerche. Elena, kannst du... Ja? Kannst du dich um die Leiden kümmern? Ich kümmere mich um den Dicken. Ja. Okay. Harry! Oh. Mein Gott. Grad ein paar Problemchen. Ja. Nee, ich muss gerade. Ach, die kommen auch da durch? Ja, die kommen jetzt, glaube ich, von überall wieder. Ja. Guck mal, haben wir's doch eigentlich. Souverän gemacht. Zeige gut. Sö. Was ist denn so? Das ist der Round! Oh! Oh, Tocke! Der ist ein bisschen runter zur Straße! Steige sie in den Bus! Ja, und dann mach doch die Tür auf. Mein Gott! ja ja mach mach ihn ja noch alles kloppte einfach nur richtung bus drin war was der nächste fährt in der stunde ich habe blaue also wir fahren erst in der stunde was der fettsack nachkommen der wiegt dann nur fünf kilo wollen das fliegen gewischt ja die wache zerreißt ganz schön hallo wiesen baby warum kann der bus nicht jetzt auf einmal kann er drüber fahren oder was manchmal voll sinnlos ja ja wobei wenn er den anhebt kann er ja nicht fahren ja oh guck mal genauigkeit oh nicht schlecht geil gell jo warum steht bei mir 3602 und bei dir 34 keine ahnung ich hatte null tode fette eintraut weil du mir wieder nicht helfen konntest pfh jay schusswaffe stufe 3 ja muss mal gucken schnell letzter schuss wilde ballerei stark im team mehr munition einzelgänger irgendwo hatte ich das doch unendliche munition ne anscheinend nicht ich weiß nicht mehr wo so jetzt bin ich ausgerüstet da habe ich kaum noch rückstoß ne höhe der durchschlagskraft von schusswaffen schnelle erholung und so kann ich mir noch nicht leisten ja das dauert immer ein bisschen bis man sich vieles leisten kann das ist leider ja aber dafür sind die sachen denn aber auch immer umso geiler ja ne ich hab ne 42.000 pünktchen 25.150 und ich habe davon schon wieder was ausgegeben und ich habe davon schon wieder was ausgegeben echt ja wirklich ja oh mein gott ja what ja 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 la ja 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 è